Nächster Halt, Erfurt, Beschleben Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, in unseren Zügen gilt nach aktueller Gesetzeslage, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Bitte bedecken Sie daher Mund und Nase mit einer FFP2 oder gleichwertigen Maske. Vielen Dank, bleiben Sie gesund. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Neu-Dietendorf, Ehreanschlüsse, RB, nach Eisenach, 14.09 Uhr, Gleis 2, RE, nach Eichenberg, 14.18 Uhr, Gleis 3, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Sülzenbrücken, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Haarhausen Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, in unseren Zügen gilt nach aktueller Gesetzeslage, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Bitte bedecken Sie daher Mund und Nase mit einer FFP2 oder gleichwertigen Maske. Vielen Dank, bleiben Sie gesund. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Arnstadt-Hauptbahnhof. Für Ihre weiteren Verbindungen, bitte beachten Sie die Anrufe und Informationen auf der Plattform. Ihr Anschluss, RB, nach Ilmenau, 14.03 Uhr, Gleis 1. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dieser Zug wird auf dem nächsten Unterweghalt geteilt. Bitte beachten Sie die Zugzielanzeiger im Fahrzeug. Vielen Dank. Dear passengers, this train will be split at the next stop. Please pay attention to the information signs on board. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Arnstadt-Süd, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Plaue, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Martin Roda. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Halte-Wunsch-Taster drücken. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Gera-Berg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Elgasburg. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, in unseren Zügen gilt nach aktueller Gesetzeslage, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Bitte bedecken Sie daher Mund und Nase mit einer FFP2 oder gleichwertigen Maske. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Ilmener Roda. Der nächste Halt ist Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt den Halte-Wunsch-Taster drücken. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt, Ilmenau-Pjörlitzer Höhe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten unseren Zielbahnhof. Wir verabschieden uns von Ihnen. Auf Wiedersehen. Next Stop. Nächster Halt, Ilmenau. For your further connections, please pay attention to the announcements and information on the platform. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Untertitelung des ZDF. Vielen Dank.